Es ist ein Lifestyle-Magazin, das die Urbanität der Stadt auch widerspiegelt. In erster Linie habe ich die Kommunikation mit den ganzen Partnern von Bregenzer Leben übernommen. Wir hören immer wieder, dass es einfach von der Qualität mit großen Städten mithalten kann und andere Städte neidisch sind auf unser Produkt. Eine gute Marke macht aus, dass man schon im Vornherein erkennt, um was es geht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir schaffen es damit, genau den Kundenkreis zu erreichen, der diese Kulturaffinität hat, der gerne den Kurztrip nach Bregenz an den See wagt. Seit Jahren einfach ein Flaggschiff in der Kommunikation, touristisch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.